Hier haben wir unser Zusatzbett Neo. Wirklich ein tolles, funktionales Möbel, mit dem Sie im Handumdrehen aus einer bequemen Couch ein Zusatzbett kreieren können. Das Möbel können wir natürlich in jedem Bezugstoff polstern, der perfekt zu Ihrem Ambiente passt und lässt sich wirklich sehr einfach im Handumdrehen zu einem Zusatzbett umbauen. Man klappt einfach den oberen Teil nach vorne und das ganze Teil dann einmal weiter. Und erhält so eine ideal gepolsterte Liegefläche, in diesem Fall 80 cm breit, können wir in Breiten bis zu 1,40 m machen, also auch ein kleines Doppelbett wäre möglich. Und so optimieren Sie letztendlich den Platz in Ihrem Zimmer und schaffen ganz einfach Zusatzbetten dort, wo Sie benötigt werden.